Nach den Parteichiffs von ÖVP, SPÖ und FPÖ hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen Donnerstagvormittag den grünen Bundessprecher Werner Kogler in der Präsidentschaftskanzlei empfangen, um mit ihm über die Folgen der Nationalratswahl und die Regierungsbildung zu sprechen. Danach hielt Kogler ein weiteres Mal fest, dass seine Partei offen für Koalitionsgespräche sei. Wir werden einmal jetzt abwarten, wie der Parteivorsitzende der ÖVP mit dem vermutlich innereilenden Gesprächsauftrag ab nächster Woche umgeht. Wir Grüne haben völlig klar in der Wahlbewegung schon zum Ausdruck gebracht, wie wir uns da positionieren. Und so gesehen wird es dann auch unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten einen Gesprächsplan geben, der aber jetzt einmal mit allen Parteien, oder mit fast allen denke ich, offen ist. Und wir sind Teil davon und eben wie angekündigt nicht auf der Flucht, sondern durchaus offensiv mit dabei. Tipps von Van der Bellen für die anstehenden Sondierungen mit der ÖVP bekam Kogler dabei eigenen Angaben zufolge nicht. Ja, ich war damals selber dabei bei diesen Verhandlungen und insofern teilen wir die Erinnerungen und waren keine Tipps dabei. Auf die Frage, ob er wieder denselben Ausgang erwarte, meint Kogler. Ich weiß nur, dass andere handelnde Personen da sind und dass andere Themen vordringlich sind. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Herr Kurz danach trachtet, am besten 24 Eurofighter zu bestellen, wo der Schmiergeldverdacht gleich mit daherfliegt. Ich habe diesen Eindruck nicht. Vielen Dank.